Ja, willkommen zu einer neuen Trading-Idee. Heute ist Mittwoch, der 17. Mai und statistisch gesehen steht eine hochinteressante Trading-Phase bevor, mit der wir in den letzten Jahren gutes Geld verdient haben und wir von Trading Brothers nehmen euch jetzt einfach mit in den nächsten Trade. Ja, das was ihr seht ist das Big Picture von Intuit und Intuit ist ein amerikanisches Unternehmen, das sich auf Finanzsoftware und Dienstleistungen spezialisiert hat. Intuit bietet eine Vielzahl von Softwarelösungen für Verbraucher, kleine Unternehmen und Steuerfachleute an und wir sehen hier seit der Finanzkrise 2008 einen intakten Trend. Zuletzt gab es eine massive Überbewertungsphase nach dem Corona-Rücksetzer, der wurde soweit gerade auskorrigiert und nun steht für uns die Frage an, ist jetzt hier im Prinzip Schicht im Schacht und der Trend wird gebrochen und im Prinzip ist die Geschichte von Intuit vorbei. Wir glauben nicht, denn eine Trendfolge nach einer solchen Übertreibung basiert auf hochwertigen Unternehmensdaten und die bietet durchaus das Unternehmen. Wir haben hier den Qualitätscheck von TraderFox und der ist eindeutig 15 von 15 Punkten. Ihr könnt es euch ja in Ruhe nochmal hier anschauen. Umsatzwachstum, Profitabilität, Rentabilität, auch die Kursstabilität, das stimmt alles soweit. Und da wollen wir jetzt nochmal tiefer eintauchen. Ja, das was ihr seht ist die Saisonalität von Intuit aus den letzten 25 Jahren und ich habe hier den Trend nicht rausberechnet und man sieht einen gewissen Kipppunkt nach den Monaten Januar, Februar, März, April, im Mai geht es dann in der Regel bis zum Rest des Jahres aufwärts. Das will ich euch gleich nochmal statistisch etwas genauer berechnen. Zuvor rechnen wir aber den Trend mal heraus, um die Schwünge innerhalb von Intuit innerhalb des Jahres besser erkennen zu können. Das sieht dann so aus. Und zuletzt hat Intuit ja auch korrigiert. Wir haben also einen Rücksetzer hinter uns und der Mai ist der sogenannte Kipppunkt. Und ich will mit euch jetzt mal die erste Anzugsphase hier berechnen. Das seht ihr vom 17. bis zum 13. Juli, also vom 17. diesen Monats, haben wir eine Trefferquote von 88%. Und das entspricht, bei 25 Trades sind nur drei nicht aufgegangen. Der Rest hat funktioniert. Und wir konnten einen Gewinn aus diesem Trade ziehen. Und gerade in den letzten Jahren hat das sehr, sehr gut funktioniert. Das letzte Jahr war nicht ganz so toll, 22. Und ihr seht, die Wechsel in der Regel ist dann ein erhöhter Erwartungswert. Und das wäre der Swing Trade. Wenn wir jetzt daraus einen Investitions-Trade machen, dann können wir das Ganze sozusagen berechnen bis zum Ende des Jahres und darüber hinaus. Und da seht ihr, dass sich die Grafik etwas verschiebt. Wir behalten zwar drei negative Jahre, aber die Frequenz, also der Verlust wird noch etwas geringer. Außer 2008, das war die Finanzkrise, gab es immer positive Ergebnisse. Das heißt, auch für uns Investoren ist jetzt ein interessanter Einstiegszeitpunkt in Intuit. Ja, und ich hatte euch ja vorhin schon die Qualitätskriterien vom TraderFox gezeigt, die 15 von 15 Punkten. Da tauchen wir jetzt mal ein und wir greifen uns das Fair Value raus. Und ich nutze gerne das Fair Value der letzten drei Jahre, und zwar des Umsatzes. Beim Gewinnen kann man immer so ein bisschen tricksen, ein bisschen bilanzieren und alle möglichen Tricks anwenden. Beim Umsatz ist das etwas schwieriger. Und wenn wir den Umsatz dann ins Verhältnis zur Marktkapitalisierung setzen, haben wir dieses Fair Value. Und da seht ihr wunderbar die Übertreibungsphase, die wir hier hatten. Das war im Prinzip ein rotglühend heiß gelaufener Bereich. Der hat sich jetzt auskorrigiert, und zwar nicht nur in die Unterbewertung, in eine starke, sogar in eine extreme Unterbewertung. Seitdem haben wir eine gewisse Stabilisierung in dem Bereich. Und das ist genau der Punkt, auf den wir jetzt als Swing Trader spekulieren. Zurück zum Fair Value. Die Hochpunkte werden wir uns jetzt hier mal merken. Oder sogar zurück in die alte Überbewertung. Das kann dann sozusagen als Investor wieder zurück in die alte Schiene sein. Damit wäre dann die Korrekturphase beendet. Und da tauchen wir jetzt mal etwas intensiver ein und holen uns die Crash Indikatoren, die Intermarket Indikatoren dazu. Die seht ihr hier unten. Den Anleihen, den Devisen und den Rohstoffbereich setzen wir mal ins Verhältnis. Dazu eine Formation, auf die gehe ich gleich nochmal genauer ein. Ihr seht hier wunderbar, diese Abwärtstrendlinie ist hier wunderbar zu erkennen. Zwei Tiefpunkte und seit dem Tiefpunkt ein Durchschreiten der Trendlinie. Dann eine Korrektur. Die Korrektur sehen wir hier auch. Und jetzt spekulieren wir im Prinzip auf einen entstehenden Aufwärtstrend zur Oberseite. Wir sind hier noch im Wochenchart. Und ich will mit euch jetzt mal in den Tageschart hinunterschauen. Ach nee, zuvor ein Blick auf die Intermarket Indikatoren hatte ich euch ja versprochen. Eine Überbewertung hat sich hier in dem Bereich kristallisiert. Sie hat sich auskorrigiert in eine Unterbewertung, wo genau unsere Bodenbildung stattfindet. Und wir haben eine eindeutige Stabilisierung. Das ist ein gutes Zeichen für eine Bodenbildung. Deswegen bevorzuge ich tatsächlich, wie die Saisonalität das sagt, auch aus intermarketechnischer Sicht die Long-Seite. Und da gehen wir jetzt mal eine Ebene runter, also vom Wochenchart runter in den Tageschart. Die Formation habe ich euch zur Orientierung mit drin gelassen. Und was mich hier noch interessiert ist, wann werden die nächsten Quartalszahlen vorgelegt. Das seht ihr hier. Das habe ich hier nochmal eingeblendet. Das wird am 23.05. sein. Also in ein paar Tagen. Und wir wollen uns im Vorfeld dieser Quartalszahlen positionieren. Denn Intuit ist in der Regel geneigt dazu, positive Zahlen vorzulegen. Und ich glaube, da hat sich einiges aufgestaut. Da könnte durchaus ein Switch zur Oberseite entstehen. Das hatten wir bei anderen Softwareunternehmen in der letzten Zeit auch gesehen. Auch gerade bei den großen Tech-Giganten, dass die dann ein gewisses Aufholpotenzial hatten. Und da will ich mit einem entsprechenden Derivat nun auch mich positionieren. Ja, und da möchte ich euch mitnehmen. Und zwar habe ich euch dazu diesen Chart hier aufgearbeitet. Die Rahmenbedingungen haben wir jetzt geklärt. Und ich habe mich für diesen Schein hier entschieden. Das ist ein Open-End-Turbo-Optionsschein, also ein K.O. von Goldman Sachs mit dem K.O. bei 265 US-Dollar. Das habe ich dir hier gekennzeichnet. Und das ist der Stop-Loss. Und diesen Stop-Loss, das wäre sozusagen der Totalverlust unserer eingesetzten Position. Das ist über 35% entfernt. Aber so viel will ich natürlich gar nicht riskieren. Das heißt, ich werde meinen Stop-Loss auf dieses Tief hier setzen. Das heißt, solange der Trade oberhalb dieses Niveaus verweilt, werden wir den Trade laufen lassen. Das ist der Stop-Loss. Und sollte er auf Tagesschlusskursbasis unter diese 383 fallen, US-Dollar, dann verkaufen wir den Trade mit dem entsprechenden Verlust mal den Hebel. Etwa 10% werden wir ungefähr 30%, ein Drittel unserer Position einbüßen. Das ist das Risiko. Und das Potenzial zur Oberseite habe ich dir auch hier mal reingemacht. 50% denke ich. Das wäre so ein bisschen über das Fair Value hinaus. Wir werden mal sehen, wie viel Potenzial das ausgrenzt oder ausreizen wird. Ich kann mir einen schnellen Schub zur Oberseite tatsächlich vorstellen. Mal den entsprechenden Hebel. Haben wir da ein Potenzial von über 100% in diesem Derivat. Und wenn du keinen Trade, also keinen Swing Trade daraus machen möchtest, sondern als Investor einsteigst, naja, dann lässt du das Derivat weg und kaufst die Aktie oder machst eine Kombination aus beidem. Das ist das, was ich mache. Ich werde ein paar Intuit-Aktien einsammeln. Ich werde die als Investor liegen lassen. Und parallel dazu werde ich eine Position als Swing Trade ins Rennen schicken. Wenn das klappt, werden wir vom Gewinn ein paar Intuit-Aktien kaufen. Und falls das nicht klappt, dann werden wir hier unten entscheiden, wenn wir uns ausgestoppt haben, ob wir als Investor vielleicht nochmal interessant einen Einstieg in die Aktie finden.